Was geht ab Leute, euer Frapses hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video werden wir uns das neue Paket anschauen, welches gestern in den Shop gekommen ist. Und ich werde das Ganze bewerten, nach meiner Meinung, ob ich es gut finde, ob es sich lohnt oder eher nicht. Es würde mich mega freuen, wenn ihr meinen Partner Pico Keys abchecken würdet für den Vangra Boogie Emote. Freunde, es gibt nicht mehr viele Keys und die Preise werden immer teurer. Also verpasst das Ganze nicht, würde mich mega freuen. Ihr könnt auch sogar mit Paysafe zahlen. Checkt das Ganze gerne mal aus. Genug dazu, kommen wir jetzt aber zum eigentlichen Thema des Videos und zwar zum Paket. Das Paket findet ihr ganz normal im Item Shop. Das ist hier auf der ganz linken Seite und dazu werde ich jetzt ein Video machen. Ich werde euch die ganzen Skins vorstellen und euch sagen, ob sich das meiner Meinung nach lohnt oder nicht. Also fangen wir mit dem Preis an. 2000 V-Bucks für drei Outfits ist ehrlich gesagt sehr wenig. Das ist natürlich eine geile Sache. Wenn man das da so grob rechnen würde, wäre das pro Skin 666 V-Bucks auf Teufel angelehnt. Und ja, also das ist so eigentlich sehr günstig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es eigentlich blaue Skins sind. Theoretisch würden die dann mehr kosten. Wenn wir jetzt von 1200 ausgehen würden, würde das eigentlich 3600 kosten. Aber da es hier ein Paket ist, gibt es hier sozusagen einen kleinen Mengenrabatt. Also kommen wir zu dem allerersten Skin, der hier uns mitgeliefert wird. Das ist der Kollege hier. Ich bin ehrlich gesagt von dem Skin nicht überzeugt. Ich feiere den auch so ehrlich gesagt nicht. Und Digga, das ist ein viel zu großer Kopf, wenn die Hitbox auch damit aktualisiert wird. Digga, dann kriegt man ja den Headshot des Grauens. So, wisst ihr, stellt euch einfach vor, hier läuft ein bisschen rum. Zack, boom, Headshot, Sniper. So, wisst ihr, wie ich meine? Nein, also deswegen, auch von der Optik her, feiere ich den Kollegen ehrlich gesagt nicht. Ähm, das Rückenaccessoire catcht mich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich finde, von den drei Skins, die hier jetzt in der Vorschau mir angezeigt werden, ist, glaube ich, der hier der hässlichste von allen. Also der gefällt mir überhaupt nicht. Aber das seht ihr hier vielleicht anders. Das könnt ihr mir dann gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Auf jeden Fall haben wir dann hier Violetta. Von der Optik her, meiner Meinung nach, einer der coolsten Skins aus diesem Paket. Vor allem, ihr müsst mal drauf achten, Freunde. Dieses, ähm, also sie hat ja so ein Rückgrat, wie man sehen kann. Da ganz hinten, man sieht leicht dann auch die Rippen. Und am Fuß, beziehungsweise am Bein hat sie das auch. Das ist so ein reflektiver, ähm, ja, so eine reflektierende Farbe. Die verändert sich, hat so einen Perleffekt drauf, würde ich jetzt sagen. Ähm, inklusive dann dem Rückenaccessoire. Es ist eine ganz nice Combo. Das Rückenaccessoire erinnert mich an das Rückenaccessoire von den Vampiren. Also das ist jetzt eher nicht so neu. Also es kommt mir nicht so neu rüber, wisst ihr, wie ich meine? Wobei man echt sagen muss, dass der Skin schon sehr breit wirkt mit diesem Rückenaccessoire. Weil die Flügel so weit nach außen gehen. Also das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und ich finde halt, dass die Farbkombi cool ist. Die Maske, die sie aufhat, ist ganz nice. Meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall ein Skin, der es wert ist, dieses Paket sich zu holen. Dann gehen wir eigentlich weiter hier zu dem Kollegen. Das ist auch ein Skin, wo ich ehrlich gestehen muss, dass der jetzt optisch gesehen auf den ersten Blick nicht so fresh ist. Aber auf den zweiten Blick würde ich jetzt sagen, wenn man sich jetzt die Blumen und so wegdenken würde, dass es ein ganz nicer Skin sein könnte. Das ist ein männlicher Skin, der sehr dünne Beine hat in dem Fall. Sieht halt sehr schick aus, sozusagen. Hat eine stabile Bomberjacke an, mit ein paar Blumen, ein paar Federn. Hat ein stabiles Rückenaccessoire, bei dem dann auch sozusagen diese Rosenblätter abfallen. Keine Ahnung warum, aber das gehört halt irgendwie hier dazu. Ansonsten, Maske ist cool. Er hat halt keine richtigen Finger, sondern es sind einfach nur noch die Knochen. Das Fleisch ist nicht mehr vorhanden. Und der Kollege besteht komplett aus einem Skelett, wie man sehen kann. Weil er hat sich da unten die Hose aufgerissen. Und da sieht man halt leicht den Knochen raus. Also der Skin ist okay, muss aber ehrlich gesagt nicht sein. Also wir haben hier meiner Meinung nach einen sehr nicen Skin, einen okay Skin und einen nicht so cool Skin. Das Ding ist, wie gesagt, von der 2000 V-Bucks ist ehrlich gesagt sehr stabiler Preis. Wenn ihr das jetzt so hochrechnen würdet, wenn ihr euch die V-Bucks kaufen müsstet, wären das 16 Euro. 16 Euro für drei Skins ist in Ordnung, ist in Ordnung, no joke. Also kann man machen, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, ihr müsst halt selber wissen, ob euch das Ganze gefällt. Von meiner Seite aus würde ich auf jeden Fall sagen, dass sich der Kauf hier lohnt. Vor allem, weil ihr nur 666,66 Periode V-Bucks pro Skin bezahlen würdet. Und deswegen finde ich das ganz in Ordnung, ganz fair eigentlich. Und deswegen kann man da auch, finde ich, zuschlagen. Also sehr ganz angenehmes Paket. Bald werden ja weitere Pakete kommen. Und dann werde ich dann dasselbe für euch raushauen. Dann werde ich das Ganze auch genauso wie hier entspannt erklären, hier und da. Und das, meine Freunde, soll es eigentlich auch schon hier mit dem Video gewesen sein. Schreibt ihr gerne nochmal rein, wie ihr das ultimative Abrechnungspaket findet. Ja, und dann würde ich eigentlich sagen, Freunde, das soll es mit dem Video gewesen sein. Wenn das euch gefallen hat, lasst ihr mir gerne nochmal einen Daumen. Da vergesst nicht zu überlegen, die Glocke zu aktivieren. Ich wäre dann mal raus. Haut rein. Geht mit dem Flow. Euer Fraps. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.